hier habe ich euch von der marie luise schaeffler die spiritualität der schafe mitgebracht wo sie drüber schreibt wie sie von ihren schafen auch lernt und die geschichten die sie mit ihren schafen hat die kommunikation die die schafe wie sie dem mensch eigentlich helfen zu sich zu kommen und also die liebe der schafe oder wie die liebe durch die schafe zum ausdruck und in die welt kommt die kann sie da sehr gut darstellen spiritualität der schafe von der marie luise schaeffler zeigt euch ja wie die geistige welt auch durch tiere und deren verhaltensweisen nach hier hinein wirkt wenn wir den bereit sind die zeichen zu sehen und die begebenheiten wahrzunehmen kann ich sehr empfehlen könnt ihr mal lesen